Hallo, ich bin Patrick und ich bin Vivian. Wir befinden uns hier beim Alters- und Fleckheim Wendelin in Riechen. Wir zwei absolvieren die Ausbildung an das VAG und wir werden euch jetzt einen kleinen Einblick in unseren Alltag zeigen. Das Wendelin ist ein offenes, freundliches Alters- und Fleckheim, wo jede und jeder herzlich willkommen ist. Man arbeitet mit Mitarbeitern wie auch Bewohnern zusammen, welche aus unterschiedlichen Kulturen kommen. Das macht den Alltag spannend und abwechslungsreich. Als VAG im Langzeitbereich betreuen wir Bewohner und Bewohnerinnen in ihrem Alltag, wie zum Beispiel beim Anziehen, beim Transferieren oder bei der Unterstützung in der Körperpflege. Dabei ist es wichtig, dass man sich an den Bewohner anpasst und die vorhandene Selbstständigkeit der Bewohner fördern. Das Schöne an unserem Beruf ist, die Menschen, welche unsere Hilfe benötigen, zu unterstützen können. Dabei spürt man die Dankbarkeit der einzelnen Bewohner für die Arbeit, welche wir täglich machen. Auch medizinal-technische Tätigkeiten wie zum Beispiel der Blutdruck- oder der Blutzuckermässungen gehören bei uns zum Alltag. Wir bieten Pfleger und betreuungsbedürftigen Menschen einen Lebensraum, in dem sie sich wohl und sicher fühlen können und sich als eigenständige Persönlichkeit angenommen fühlen können. Das Wendelin hat auch eine eigene Ausbildungsabteilung, das Wendeliner. Dort unterstützen die Lernenden sich gegenseitig und werden von Berufsbildern begleitet. Was du selber mitbringen kannst, ist Flexibilität, Teamgeist, Empathie, Ehrlichkeit und vor allem Spass am Brot. Hat dir der Alltag im Wendelin gefallen? Wenn ja, bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns auf dich.